Ich probiere noch mal anzuhören, wie sein Name ausgesprochen wird, damit ich wollte es auch richtig machen. Und zwar seinen Namen aufrufen. Von Tiger Warriors kommt jetzt zu mir in den Ring der Ebermann-Krieg! Die Kinder sind dann in den Ring der Ebermann-Krieg. Hey, Kornal! Kornal! Echale Juevos, a ver, eh! Sollte Ihnen der Kampf so gut gefallen, dass es Ihnen nicht mehr auf den Sitzung hält, haben wir überhaupt keine Schmerzen damit. Dann wird es hier aufstehen und bei den Ball klatschen. Das ist in Spanien. Das ist die Stimmung. Sie wollen zum Madre. Das ist die Stimmung. Jassi! Das ist die Stimmung. 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 Die Hände, du sollst bochen! Die Hände, du sollst bochen! Geh rein, wenn er dreht! Ja! Die Hände, du sollst bochen! La Rodilla, la Rodilla! Ja! Die Hände, du sollst bochen! Ja! 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 Die Hände, du sollst bochen, Junge! Die Hände, du sollst bochen, Junge! Ja! Boch, boch, boch! Hände höher! Und lange Hände! Ja! La Rodilla, cabrun! Sie im Training! Ja! 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 La Rodilla! Ja! 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 Warte drauf, ja! Lange Beine. Eder, la rodilla, la rodilla. Eder, la rodilla, la rodilla. Eder, 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 la rodilla, la rodilla. Eder, 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 la rodilla. in die Richtung.